. . . . . . . . . Scheiße. Braucht ihr Hilfe? Habt ihr Telefon? Handy? Handy? Ja. Alles ok? Alles ok? Du bist nicht wirklich da drunter durchgerutscht? Ja. Ach du Scheiße. Also ich würde mal sagen, super viel Glück gehabt, alter Schwede. Also keine doppelte Leitflanke und da drunter durchgerutscht. Sehr gut. schon mal so. So. Sonst will ich die Tür auf sich für das Rüstige, oder? und ja. Ja, sehr gut. Das ist ein sehr guter Platz, aber der ist einfach da drunter. Das ist ein sehr guter Platz. Ich glaube nicht, dass der auf dem Rasen was tut, also der wird ja wahrscheinlich direkt im Dreck versinken. Aber es wird aber trotzdem nach wie vor gutes Wochenende, wie gesagt, dafür, dass du keine von den Dingern erwischt hast, du alter Schwede. Nächstes Jahr, um die Uhrzeit, einen draufheben. Danke. Danke. Danke.